Wer ist denn überhaupt auf die dumme Idee gekommen? Das Präludium am Anfang zu spielen. Das war's du. Wenn's von mir ist, dann kann ich's doch so schrecklich finden, wie ich will. Ja, du schmatschst eben. Und das klingt furchtbar. Wie klingt das denn? Na so. Ja, du schmatschst. Ja, du schmatschst. Ja, du schmatschst.